Ja, Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Wir wollen heute die fünfte Episode gemeinsam spielen, aber vorerst... Hallo! Ja, meine Freundin ist nicht mit von der Partie, das sage ich gleich, sie wollte euch nur mal Hallo sagen. Sie ist nämlich bei mir und ich nehme jetzt einfach mal weiter auf. Ja, wir haben ja in der letzten Folge mit so einem Cliffhanger das Ganze enden lassen. Wir wissen nicht, was passiert ist, es fehlen ganz viele Schüsse. Wir mussten, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Rebecca. Wir mussten Rebecca erschießen und weil sie sonst ihr Kind wahrscheinlich gefressen hätte, ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt sehen, wie es weitergeht. Ich klicke jetzt einfach mal auf Spielen und wir verdröden nicht viel Zeit, denn wir wollen ja wirklich wissen, was geschehen ist. Kapitel Auswahl Episode 5, Kein Weg Zurück nennt sich das Kapitel oder die Episode. Wir starten einfach mal. Und damit bin ich jetzt wieder still, wobei der Ladebalken jetzt wieder länger gehen wird, glaube ich. Aber dann bin ich erstmal still und... Na gut, ich quatsche einmal noch rein und... Oder? Passiert jetzt was? Ladebalken? Verschwindest du jetzt schon? Ich glaube gleich, ich bin jetzt einfach mal still. Pssst, heiße Leute. Also jetzt. Oder jetzt? Vielleicht jetzt? Ja, der Ladebalken. Okay, jetzt. Pssst, ruhig. Killing one in order to save many is part of survival. I only need a minute. That'll put you out of your misery right then. Wenn I look at Kenny now, it just... It seems broken. Broken people get reckless. Hier. Thanks. Wenn things start heading south, don't let them drag you down with them. Das Spiel reagiert auf deine Entscheidung. Der Handlungsverlauf kann sich dadurch verändern. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment und das Ganze übersetzt von Showtpunkt bis The Walking Dead. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade noch in der Schießerei, so wie es ausschaut. Bitte, bitte. Oh, ich dachte jetzt, alter. Ach du Scheiße. Was ist mit meinen Frames los? Wieso habe ich so wenig Frames? Was soll das? Drücke weh, um nach vorne zu kriechen. Ich tue doch schon. Ich tue, was ich kann. Oh, shit. Das hätte echt mies enden können. Alter, warum habe ich so wenig Frames? Was ist mit dem Spiel los? Es hängt so. Ey, nein. Ich muss doch natürlich da hin. Oh, shit. Ich habe ihn nicht sogar gesehen. Gut, Clem. Oh, shit. Okay, okay, wir müssen was machen, y'all. Sit down here. Ich kann nur sitz hier. Wir lassen diesen Mann uns auf uns nehmen, bis er aus der Hand fliegt. Scheiße, was machen wir? Bleib unten. Du hast deine Kopf geblieben. Wir können nur sitz hier. Das muss nicht mehr als es schon ist. Du kannst nur gehen. Ich bin drei, ich bin da. Ich bin so gut. 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 Okay, dann schießen wir mal los. Hey, hey, what are you? Shit! Luke! Luke, no! Scheiße, scheiße! We're down in the top! Luke, are you okay? You got me in the leg, but... I think it went straight through. Shit, I don't know. You're gonna be fine. You get out here, or I put a bullet in this kid's hand. Shut up! I said shut up! Kenny? Kenny, what are you doing? You got me in the middle. I'm ending this. Get out here! Right fucking now! This is my shit, Natasha. You got me in the... You got me in the... You got me in the middle? You think I'm laughing? Get out here! Oh shit. Oh shit. Ich muss sehen, ob wir alles in Ordnung sind. Stopp schwarzen, verdammt! Es kotzt mich grad tierisch an, dass das Spiel so rumleckt. Ähm, kleinen Moment mal bitte, ich muss mal kurz hier einen Schnitt setzen. Wartet mal bitte, ich bin gleich wieder da. So, Leute, nach dem kleinen Schnitt bin ich dann jetzt endlich wieder zurück. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass das Spiel sich jetzt... Nein, natürlich tut es das nicht. Oder? Oder? Ich hoffe, dass es sich einpendet. Ich spiel jetzt einfach weiter. Spiel fortsetzen. Oh, Jane! Alter! What? Okay, das war hart. Hier, ich habe ihn. Und es scheint so, als ob niemand von uns gefallen ist. Jesus Christ. Das war, äh... Das war intensiv. Ich dachte... Nein, ich dachte, das war es. Ja, das war für diese Scheiße. Danke, dass du zurückkommst. Ich wusste nicht diesen Mann. Ich habe nie jemanden, der mich in irgendeiner Weise nicht verletzt hat. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich versuchte, dass er ein Gehörer war. Aber... Es ist anders. Du hast uns gescheitert. Ja. Das ist, warum ich es getan habe. Aber... Es fühlte falsch. Oh, Mann. Komm schon. Okay. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Jetzt darf ich sagen, dass sie in der Zeit geflossen hat. Jetzt変ne ich dich. Wie hat das geflogen? Sie kam nie zu sich. Wie auf einem derzeit. Wie hat das geflogen? In der Zeit ist, dass sie die Kinder geflogen haben. Ich habe das geflogen gemacht. Wie hat sie zu verhalten? Sie haben das geflogen gemacht, um die Kinder zu schützen? Sie hat... sie hat zu viel Blut verloren. Es ist niemandem's fault. Du hast den Jungs' Leben gerettet. Du weißt, wir könnten mit ihr besser gemacht haben. Sie war einfach zu weit weg. Sie ist jetzt mit Alvin. Ja, ja, sie ist. Keine Worte, Becca. Wir werden deinem Jungs beziehen. Du reißt schnell. Du reißt schnell. Hey, hey, hey! Stopp! Guys, geh weg von mir! Es ist vorbei, Mann. Er ist kein Gefahr zu uns. Wie kannst du das sagen? Natürlich ist er. Geh weg! Woah, was machst du? Ich mache das gleiche, was dieser Mann versucht zu tun zu machen. Es muss nicht so sein. Kenny, bitte. Er ist nur ein schreckliches Kind, Mann. Er war nicht derjenige, der uns schreitzt. Der Mann ist tot. Nur weil er keine Räume hat, das bedeutet, dass er nicht hätte. Er war nicht. Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht. Es ist ein Haus. Food. Bitte. Bitte. Ich kann dich nehmen. Bullshit! Nein, nein. Es ist wahr. Wir haben einen Platz. Nicht weit weg. Food. See? Er will helfen. Oh, nicht so dumm. Er ist nur versucht, seine Haut zu retten. Warum würden wir uns helfen? Ich... Ich möchte mehr Menschen sterben. Dann close deine Augen und ich mache es schnell. Kenny, zurück. Wenn er die Wahrheit sagt, könnte es uns helfen können. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. None of das will matter, wenn wir alle sterben. Sie ist richtig, Kenny. Wir sind schrecklich. Wie es ist. Es ist wert, das Risiko zu schauen. Es ist wert, wenn wir ihn ausprobieren. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wir müssen nur vorsichtig sein. Es kann nicht weit weg sein. Du gehst aus. Du bist der Grund. Du bist der Grund, diese Leute kamen nach uns in der ersten Zeit. Nicht versuchen, das zu mir auf mich. Lass uns das auf mich. Er ist weg, Kenny. Sie hat uns geholfen. Ich war da mit ihr. Es ist auch meine Schuld. Es ist auch meine Schuld. Denkst du über das Baby, Kenny. Wenn es ein Mensch gibt, wir brauchen ihn. Wir werden nicht länger dauern ohne mehr Essen. Wir müssen eine Chance nehmen. Unless jemand hat einen besseren Plan. Oh, Mann. In der bitteren Käthe. Sieht man jetzt das rote Blut. Auf dem weißen Schneeboden. Irgendwie schon traurig. Gleich doch einen Kriegspferd, muss ich sagen. Wenn ich hörte die Schmerzen, ich... Ich wusste, dass es ein Fehler war. Wenn es hilft, das was ich normalerweise machen würde, ist weg weg. Aber ich habe es nicht. Despite das meine Instinkte sagen. Despite... ... alles, was ich gesehen habe. Ich bin nicht... ...pickst. Ich bin glücklich, dass du zurück bist. Ich wollte dich nicht in der ersten Zeit gehen. Danke. Das ist... Das ist gut. Weil du wahrscheinlich 90% der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Und es würde wahrscheinlich ziemlich wunderschön werden, wenn du mich die ganze Zeit hattest. Ich würde es nicht wunderschön sein. Nein. Das würde es scheinen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Alles, was ich tun kann, ist... ... ich versichere dir, dass ich dich nicht wieder abdecken werde. Was, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Auch wenn ich es wahrscheinlich schon ein paar Mal hätte. Du musst nicht die Schmerzen an ihm die ganze Zeit. Du wusstest, was wir gerade durchgekommen haben? Er geht gar nicht, Kenny. Keine Mühe, dass du deinem Arm ausgestattet hast. Ich bin über Kenny. Er ist... Er ist in einem dunklen Ort. Wir müssen uns auf ihn halten. Alles, was er durchgebracht hat. Er hat verloren. Er wird okay. Ich habe ihn schon lange kennengelernt. Nun, es beginnt, sich auf ihn zu spüren. Es ist auf ihn. Jeder hat einen Schmerzpunkt. Er ist nicht der einzige, den er vertraut. Den er wirklich vertraut. Das bedeutet, du bist derjenige, der ihn zurückkriegt. Er betrifft auf dich. Wenn wir das wirklich funktionieren... Ich werde mein Bestes machen. Ich weiß. Komm mal, Slopoks! Ich weiß nicht. Ich mag sie echt. Aber ich muss ihr unbedingt recht geben, was mit Kenny los ist. Also, das... Da hat sie schon nicht unrecht. Ich meine, der ist echt ein bisschen außer Kontrolle hier. Muss ich mal so... Muss ich mal so sagen. Wir haben zwei Verletzte. Ah, okay. Warte! Warte! Wir müssen uns stoppen. Nein! Nein, ich bin gut. Hey, ich brauche nur eine Sekunde. 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 Okay, warte da. Hey! Was ich sagen? Wenn ich etwas sagen sage, du wirst, wirst du wirst! Du wirst! Du wirst! Kenny, komm mal! Du wirst! Du wirst! Er bekommt was er verdient. Ich spreche mit dir! Ich spreche mit dir! Ich sage, stop! Du wirst du wirst! Das ist genug! Lass ihn allein! Du wirst! Du wirst! Ich werde ein Wort mit Kenny haben. Er muss nicht den Weg nicht behandeln. Er hat genug gemacht. Du bist gut hier? Ja, ja. Gehe mit ihm. Ich habe Klamm, wenn ich nichts brauche. Okay. Hier, einfach das Baby. Okay. Was? Oh, shit. Jetzt müssen sich alle hier um das Baby irgendwie kümmern. Und vor allem, wir haben nicht mal was zu essen für das Baby. Was meinst du? Ich weiß nicht. Every man I've known is always trying to let each other know how tough they are. Put them in their place. Bunch of dominant alpha male horse shit. And it all ends the same way. But don't look at me. I ain't that guy. Oh, that ain't true. You get in your fair share piss and matches too. They're not all like that. There are good men too. My friend Lee. Lee. He was a good man. Oh, yeah. Lee war ein echt guter Mann. Me too. I wish he was here now. I guess it took a woman to talk some sense into him. Looks like Jane broke it up. Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some managers. Hey, Bonnie. Yeah? I'm sorry. For what? I'll be right back. Damn it. Don't worry. You're gonna be okay. What do you mean? Sitting in the snow. Lean up against a tree. Bullet in my leg. But alive. When so many of my friends are dead. For no good reason. And I couldn't do anything to stop you. No. Everyone we set out with just gone. Nick. Pete. Alvin and Becca. Carlos. Sarah. You can't blame yourself. It wasn't your fault. No. Not completely. I could have done more. And that ain't up for debate. I know it in my bones. And I gotta live with you. Alright. This should work. That's perfect. What did I miss? Hmm? Nothing much. Yeah. Nothing important. Okay. You don't have to tell me if you don't want to. I'm fine. I'm fine. Hey, man. Hey, man. Go ahead and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but... I don't think he was comfortable with me doing it. But you know him better than I do. Maybe he'll let you do it. Okay. That a girl. That's gonna sting. But only for a second. It's gonna clean it. Oh, I know what it does. It's gonna suck. It's gonna get done. I was thinking we go with Alvin Jr. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin, if it was a boy. I think his parents would have liked that. Yeah. Me too. Alvin Jr. it is. You like me? I think AJ approves. What have you got there? Cause I think I'm alright. I'm changing your bandage. Sounds like I don't have much choice in the matter. You don't. You shouldn't have to do stuff like this. You shouldn't have to do a lot of things. Alright. Let's get it over with. Oh. Don't scare this little guy. Or you. You shouldn't have to do a lot of things. I think it's gonna be pretty, when it's up. Well, it looks a lot better than it did. And maybe my modeling days aren't over. You should have to do something. What do you think? Oh no, it's not 80%. Why, it's a little uncomfortable. You shouldn't have to do anything. Oh, no. I mean, it's gonna be the bad part. Es könnte ein bisschen stöhnen. Du denkst? Ich hasse es. Oh! Du musst zu stoppen. Ja. Ich setze noch mal einen Schnitt. Bis gleich.